Diktate aus dem deutschen Schrifttum Walter Schönischen Das Alpenfeilchen Den Namen Erdscheibe, den die Pflanze vielorts trägt, verdankt sie der ausdauernden, mehrere Zentimeter dicken, kugeligen Knolle, mit der sie im Boden überwintert. Aus dieser Wurzelknolle entwickeln sich mehrere Blätter und Blütenstängel. Die herzförmigen, dunkelgrünen Blätter sind derblederig und in auffallender Weise gefleckt. Diese helle Färbung kommt dadurch zustande, dass sich unter der Blattoberhaut bestimmt begrenzte Lufträume befinden, die das Licht anders brechen als die übrigen Teile des Blattes. Die Laubblätter bleiben über den Winter bis in das nächste Jahr hinein grün. Auf ihrer Unterseite sind sie gegen Ende des Jahres auffallend karminrot gefärbt. Die Blütenstiele sind meist etwas länger als die Blätter, sie tragen einzeln stehende, durch ihre nach oben zusammengeschlagenen Kronenzipfel sehr auffallend geformte, violett bis purpurrote Blüten, denen ein feiner Duft entströmt, der an den des Pfeilchens erinnert. Weiße Blüten kommen ebenfalls vor, sind aber selten. Die Zahl der Kronenzipfel beträgt fünf. Sie umsäumen den Rand eines kurzen, die Öffnung nach unten wendenden Trichters, dem innen die fünf gelben Staubbeutelpaare angeheftet sind. Der Grund des Blütentrichters ist von dem kegelförmigen Fruchtknoten erfüllt, dessen Griffel und Narbe nach unten aus der Blüte herausragen. Die Frucht ist eine kugelige Kapsel von etwa einem Zentimeter Durchmesser, die dadurch, dass sich der Fruchtstiel spiralig zusammenrollt, gegen den Boden gepresst wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017